Hallo miteinander, mein Name ist Stefan Schwenk und hier in Schwäbisch Gmünd entsteht momentan die neue Abendstorne CD. Mary's Boydscheid liegt gerade auf. Ich bin am Einspielen des E-Pianos, dass das noch so seine Richtigkeit hat und ja, es wird eine Weihnachts-CD werden. Ist natürlich jetzt etwas ungewöhnlich Mitte Juli bei 30 Grad eine Weihnachts-CD einzuspielen, aber es geht halt nicht anders. Es macht richtig viel Spaß. Jörg Thum, der Chorleiter, gibt mir wirklich sämtliche Freiheiten bei den Arrangements und ihr könnt euch wirklich darauf freuen auf das Endprodukt. Also liebe Grüße aus Schwäbisch Gmünd und dann viel Spaß mit der CD. Tschüss.